Ein top geschultes Mitarbeiterteam mit einem unglaublichen Gespür für Tiere kennzeichnet dieses Unternehmen. Das Pet Vienna in Wien und Mödling. Vom maßgeschneiderten Hundehalsband über die Designertasche bis hin zur sportlichen Bekleidung erhalten Zweibeiner hier sämtliche Accessoires für ihre vierbeinigen Lieblinge. Geschäftsführerin Andrea Höhn legt großen Wert auf ausgefallene, langlebige Produkte sowie die konstante Servicequalität. Vor allem wenn es um die Beherbergung ihres Hundes im eigenen Pötchenhotel geht, genießt dieser eine unvergleichbare Betreuung. Drei Gassirunden, ein familiäres Hotel sowie ein schattiger Gartenplatz, natürlich ohne Zwinger und Boxen, gehören dabei zum Standard. Für die gepflegte Schönheit bietet der Betrieb übrigens auch einen eigenen Beauty-Salon, wo sämtliche Hunde ganz nach Belieben geschoren, trimmt und gebadet werden. Weitere Details von der Problemhundeerziehung bis hin zum Online-Shop finden Sie unter www.pet-viena.at Vierbergung . mos . Untertitelung des ZDF, 2020